Gestern waren wir noch etwa hier am Leuchtturm und heute sind wir in einem kleinen süßen Häfchen in Giorg. Und plötzlich kam eine ganze Delegation von Leuten in Neoprenanzügen hier runtergelaufen, die hier schnorcheln wollen. Es stellt sich heraus, dass das Wasser hier besonders klar ist und man einen fantastischen Schnorchelgang machen kann. Heute Morgen haben wir eine Bootstour nach Nikenis gemacht, um die Papageintaufer zu suchen. Eine Woche Verröhrinseln liegt jetzt hinter uns. Das war ehrlich gesagt der Überraschungsgewinner dieser Reise. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir befinden uns ja immer noch auf dem Zubringer zum eigentlichen Ziel nach Island. Jetzt stehen wir gerade im Hafen, die Fähre liegt an und wir gehen an Bord. Morgen früh geht es raus und dann geht es rein ins Abenteuer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.